Lieber Herr Dr. Nolting, ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für Ihre beeindruckende Spende, auch so wie sie entstanden ist, ist auf beeindruckende Art und Weise und was am beeindruckendsten ist und einfach bleibt, ist das, was letztendlich damit passiert. Denn durch ihren Einsatz bekommen Kinder die Möglichkeit, sauberes Wasser zu trinken, in der Nähe, direkt auch an der Schule und müssen nicht mehr kilometerweite Wege tagtäglich zurückkriegen, sondern haben jetzt sauberes Wasser in der Nähe und auch noch zusätzlich die Möglichkeit, eine Toilette zu benutzen. Etwas, was für viele das erste Mal ist und was ein absolutes Menschenrecht ist. Deshalb freut es uns sehr, dass Sie sich dafür einsetzen und deshalb nutzen wir auch diese Gelegenheit, um Ihnen zu zeigen, wie so ein Projekt aussieht und das Wichtigste, für wen das Projekt tatsächlich ist, nämlich die Kinder. Dankeschön. ! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020